Okay, der Nächster. Komm, Liebes, lies du. Jut. Hier ruht, hier ruht, nee, hier ruht in Gott, der... Dr. Phil? Dr. Phil. Dr. der Philosophie. Achso, Dr. der Philosophie. Der Theodor Münchenberg, geboren den 13. Mai 1852 und gestorben den 21. August 1897. Dr. Phil Theodor Münchenberg, hier in Ostrow.